In dem heutigen Video möchte ich euch die neue Variante von dem unendlich Kogmi Glitch zeigen und zwar könnt ihr mit dem Glitch in den Godmode reingehen, sodass euch die Zombies gar nicht mehr sehen oder ihr könnt auch unendlich Muni haben, so wie ich und ihr könnt das sogar mit dem Wall Bridge hier kombinieren Leute und ich zeige euch jetzt wie das ganze funktioniert. Falls ihr in den Godmode wollt, sodass euch die Zombies nicht sehen, braucht ihr das legendäre starre Augen Kaugummi Falls ihr unendlich Munition haben wollt, braucht ihr das epische Gratisfeuer und falls ihr den Glitch mit der Scheune machen wollt, braucht ihr die Augmentierung Salven Sprint auf euren Etherschleier Und jetzt geht an den Kaugummi Automaten, wenn ihr im Game seid und schnappt euch das Kaugummi, was ihr braucht Bei mir ist es jetzt Gratisfeuer für unendlich Munition Wenn ihr dann ready seid, dann benutzt euer Kaugummi Und wenn ihr das Kaugummi benutzt Leute, kommt kurze Zeit später unten diese lila Blase Und wenn ihr diese Blase seht, müsst ihr halt ganz schnell reagieren und auf Escape drücken Dann auf Speichern und Ende Danach müsst ihr einfach den Spielstand von vorhin laden, den wir gerade gespeichert haben Und im Ladebildschirm oben rechts seht ihr schon Kaugummi aktiviert Das heißt den ersten Schritt habt ihr schon mal richtig gemacht Und wir kommen zum zweiten schwierigen Schritt Hier kommt es nur aufs Timing an Leute Ihr habt ja rechts den Balken am Kaugummi, der da gerade leer läuft Also der zeigt, wie lange euer Kaugummi noch aktiv ist Und kurz bevor der ganz abläuft, müsst ihr das Spiel pausieren Und wenn ihr die Pause wieder weg macht, müsst ihr ganz schnell den Knopf spammen Mit dem ihr euer Kaugummi benutzt In meinem Fall ist es 4 Ich weiß nicht, ob es auf Controller geht Ich kann es leider nicht mit dem Controller testen Aber mit Keyboard klappt das zu 100% Also Leute, ganz wichtig Kurz bevor das Weiße ganz abläuft, müssen wir das Spiel pausieren Und wenn wir aus der Pause wieder rausgehen Müssen wir die Taste spammen für das Kaugummi bei mir ist es die 4 Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann seht ihr, dass ihr das Kaugummi wieder nimmt Und jetzt habt ihr rechts wieder einen weißen Balken Aber da habt ihr kein Kaugummi mehr drin Und solange ihr diesen Kreis habt, der gerade leer läuft Dürft ihr kein anderes Kaugummi nehmen vom Kaugummi Automaten Sonst funktioniert das Ganze auch nicht Kommen wir nun zum Wall Bridge Und zwar, wenn ihr euren Etherschleier voll habt Geht ihr hier zu dieser kleinen Scheune Dreht euch um, drückt die Taste zum Rückwärtslaufen Und aktiviert dabei den Etherschleier Und das backt euch dann hier rein Leute Wenn ihr wie ich mit einem Raketenwerfer reingeht Dann kriegt ihr die Kills nur, wenn ihr da oben hinschießt Aber natürlich könnt ihr auch mit einer normalen Waffe durch die Tür schießen Durch das Holz und zum Beispiel auf Headshots gehen Wenn ihr wieder raus wollt, dann müsst ihr euch hier hinlegen So wie ich Und ihr aktiviert dann euren Etherschleier Das war es dann auch mit dem Video Ich hoffe euch hat das Video gefallen Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare Und falls du noch kein Abo bei mir hast Lass jetzt gerne ein kostenloses Abo da Und aktiviere die Glocke, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst Und nichts verpasst Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video Ciao